Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Staubwedel-Tests. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5, haben wir die OXO Good Grips Mikrofaser. Nach Angaben des Herstellers hält der OXO 1.335.180 exzellent Held-Feder-Staubsauger für die Reinigung von Ecken und auch Winkeln geeignet. Der doppelseitige Kopf erhöht die Position, so dass Sie schnell vorwärts gehen müssen. Laut OXO ermöglicht das schlanke Profil eine Vielzahl von Anwendungen. Der Hersteller betont die gute Reinigungsleistung auf großen Flächen oder Standorten auf engstem Raum. Der rote, schwarze und weiße Schmutzabsauger ist 46 cm lang und erfordert keine Teleskopleitung. OXO sorgt für einen rutschfesten Griff auf die weiche Pflege, um sicherzustellen, dass Sie große Kontrolle über den Schmutzmob haben. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Swiffer Staubmagnet. Der Swiffer Schmutzmagnet Starterstauber ist besonders ideal für die Oberfläche von Bücherregalen oder elektrischen Haushaltsgeräten. Sie können es verwenden, um Fahrzeuginstallationen zu säubern oder Heizkörper zu beschmutzen. Nach Angaben des Herstellers zeigt die Reinigungshilfe Ihre Zähigkeit in Haaren und Allergenen, die allergische Reaktionsopfer ausnutzen. Mit dem blauen und auch gelben Modell müssen Sie schnell alle Kanten sowie Splits erreichen. Der Hersteller betont, dass der Swiffer Federstaubsauger dreimal mehr Staub einnimmt als herkömmliche Versionen. Auf Platz 3, haben wir die Liomy Staubwedel. Der Liomy Liomy Seroig 175 Pflaumenstaubsauger enthält einen Mikrofaserkopf mit elektrostatischer Absorption und einen Teleskopstab. Der Kopf ist 14 x 35 cm groß, so dass der Hersteller eine hohe Wirksamkeit gewährleistet. Sie entfernen einfach den Faserkopf von der Stange nach Liomy, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn transformieren. Sie sollten Ihren Kopf unter gemütlichem oder heißem Wasser reinigen sowie es lufttrocken lassen. Der Federstaubsauger ist mit einem teleskopischen Edelstahlmast ausgestattet, den Sie auf eine Länge von 254 cm herausnehmen können. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Wischox Premium. Der Wischox 2.0 Federstaubsauger ist nach Angaben des Lieferanten mit einer speziellen Flex-Technologie ausgestattet. So müssen Sie die Fähigkeit haben, den Schmutzextraktor in alle Richtungen zu biegen. Ein Kopf, der 360 Ebenen gedreht werden kann, sollte es einfacher für Sie zu nutzen. Nach Angaben des Lieferanten eignet sich der Federstaubsauger gut für die Reinigung von Hausfenstern, die Reinigung von Türkonstruktionen oder die Reinigung von Jalousien. Die Anti-Rutsch-Pflege sollte die Pflege noch bequemer machen und Ihnen einen sicheren Halt garantieren. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Amazon B6, Staubwedel. Der Amazon B6 TB02 Federstaubsauger eignet sich für Oberflächen von Regalen, Arbeitsflächen oder Auto-Innenbereichen. Der Kopf besteht aus Mikrofasern, die hergestellt werden, um Schmutz einzulocken. Mit der Kunststoffstange kommt eine Gesamtgröße von 40 cm. Der Lieferant erklärt die langgestreckte Form, die an schwer zugänglichen Standorten von Vorteil sein muss. Sie verwenden den Himmel- sowie weißen Schmutzabzug, wo die Faser nach Angaben des Herstellers verhindern, dass der Staub neu angeordnet wird. Laut Amazon B6 gibt es keine Schürfbunden oder Abschürfungen, da der Pflaumenabstauber extrem weich ist. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren. debundin CADzip In-Min sociales In-Min Australia In-Min seni In-Min